malzeit und herzlich willkommen auf einem neuen video auf diesem kanal es kam jetzt lange zeit keine videos das hat zwei gründe einmal ist bei mir privat etwas passiert wo dann erstmal all meine energie und alles reingeflossen ist und das hat mich das hat mich nerven gekostet und da ging es mir auch eine zeit lang nicht ganz so gut und das andere war dass ich umgezogen bin da ging viel geld drauf und da hatte ich keine finanziellen mittel mehr um im winter noch irgendwie schraubvideos oder sowas zu machen nichtsdestotrotz gehe ich aus der privaten scheiße die passiert ist stärker hervor bin ich ganz sicher und das andere ist dass ich jetzt wieder zeit und richtig bock auf youtube machen hat und so sieht es aus so was sind meine ziele für 2020 also erstmal möchte ich gerne unfallfreie motorrad saison haben ja und das natürlich auch von meinen freunden und bekanntenkreis den wünsche ich das auch ansonsten ich würde mich freuen wenn ich am ende des jahres oder am ende der saison 2020 100 abonnenten hätte das ist irgendwie so ein bisschen mein ziel dafür muss ich halt ein bisschen noch an content und dann was weiß ich nicht was beim arbeiten aber das möchte ich auf jeden fall dieses jahr erreichen so so das wären erstmal so meine ziele ich habe auch schon ein paar ganz nette ideen glaube ich für das jahr 2020 es wird auf jeden fall wieder touristenfahrten geben an denen ich teilnehme weil macht halt einfach richtig raune ja ansonsten melde ich mich damit jetzt erstmal zurück habe noch so ein edit was ich gleich hinten dran packe so das war so meine saison 2019 mach mich damit so 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 Willi, n***a Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.